Untertitelung im Auftrag des ZDF Ich glaube, dass diese Organismen so etwas wie winzige Genlabore sind. Sie gelangen über die Nahrungsaufnahme in einen Körper und verwenden dessen DNS. Ganz ruhig. Es ist tot. Jede Mischung ist denkbar. Vielleicht gehen die Legenden von Wolfsmenschen und Meerjungfrauen auf biologische Realitäten zurück. Was ist das? Vielleicht war der ägyptische Totengott Anubis tatsächlich ein Mensch mit dem Kopf eines Schakals. Yannick, du willst ihn doch nicht einschläfern, oder? Kommt, sei geschlagen! Was ist das für mich? Was? Vogel! Hansel! Jede Mischung! Jede Mischung! Jede Mischung! Untertitelung des ZDF für funk, 2017